So, und da sehen wir auch schon mal in der nächsten Runde, äh, mit meinem Team, denn, ähm, das andere blaue Team hat ja nichts mehr. Ähm, mit dem, yo, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Möge, hm, hm... 7, 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 Äh. Noch ma. Ah! Loll Loll Ja, genau Nein, nein Oh mein Gott, oh mein Gott! Oh mein Gott, oh mein Gott! Oh mein Gott, oh mein Gott! Nein! Ich wollte noch stehen bleiben oder bei der Zeit. Ich wollte noch nicht mehr, ich wollte noch nicht mehr. Ich weiß nicht, ob ich es geht. Ich bin es nicht mehr. Ich bin es nicht mehr. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Stop, stop, stop! Ja. Weiter, weiter, weiter. Wenn ihr noch weiter so sehen wollt, also ich höre Folgen von Rocket League, dann schaue ich es auch für den PC zu bekommen. Wenn ihr natürlich weitere Folgen davon sehen wollt oder auch andere Gameplays, die auf der PS4 oder so gibt, dann schreibt es mir in die Kommentare, dann besorge ich mir eine Gato für das Gameplay auf der PS4 und dann können wir machen es. Nein, nein, oh mein Gott. Und weg damit, gut, ich will das mal. Da liegt die Linie, Linie. Oh mein Gott, ich darf vorbei, zum Wind. Oh mein Gott, wie sieht die, wie alle die Böcke verziehen. Gut, das bekommen wir noch hin, das bekommen wir noch hin. Nein, 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 nein. Oh mein Gott, nein. Nein. Ach Leute, jetzt haben wir, jetzt haben sie den zweiten Mal. Oh mein Gott. Jetzt haben wir, jetzt müssen wir es nicht machen. Nein, das wird nicht machen. Das müssen wir wirklich erfahren. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Okay, jetzt müssen wir es reißen. Okay, noch eine Minute, das schicken wir jetzt. Schicken wir, oder auch nicht? Hä? Nein! Nein, 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 nein. Gut, ich habe es irgendwie... Ja, guck mal, schieß ihn rein, schieß ihn rein, schieß ihn rein! Oh mein Gott, so. Ja, gute Farben, ne? Okay, okay, wenn sie jetzt noch einen kriegen... Das gibt's doch nicht, Leute. Leute. Nö. Okay, ich bin raus. Das gibt's doch nicht. Ach, nein... Boah, da wend ich falsch bringen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wow. Wow. Wäre es noch, keine Ahnung, ein paar Sekunden länger gewesen, dann hätten wir den noch geschafft. So Leute, wir sehen uns in der nächsten Runde, bis gleich! So, und da sind wir auch schon wieder back. Oh mein Gott. Wie schlecht waren das denn? Okay. Oh nein, oh nein, oh nein! Oh nein! Oh, ich bin wenigstens weg, da wird. Und welche? Oh, hochgedrückt! Alter! Freestyle! Okay. Freestyle! Hey, warum Freestyle? War nicht doof oder so? Oh! Okay. Okay. Ja, und die kriegen ihn nicht rein. Komm, leg ihn doch breit in die Mitte hin. Oh mein Gott, das wäre die Chance, das wäre die Chance. Komm, mach ihn rein! Alter! Sorry Leute für die schlechte, ähm, Audioqualität. Ich versuche mein Mikrofon an die Plässerchen anzuschließen. Oh, gut, gut, gut. Oh, ich war in die Plässerichtung. Ach! Gut, 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 gut! Nein! Nein, da hätte ich höher springen müssen. Oder eher abspringen. Ach! Kommt schon! Kommt schon! Kommt schon! Ähm, laufen. So. Gut, das war jetzt auch nicht ideal, aber... Scheiße. Nein! Oh mein Gott! Wie kann man fällen? Wie kann man so krass fällen? Los! In die Mitte! In die Mitte damit! Oh Mann, ich war nicht schnell genug da! Nein! 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 Es ist einfach immer noch 00 steht. Und wir jetzt einfach die Chance haben... Nein! Was mach ich denn? Nice! Was mach ich denn? Weg damit, weg damit! Gut, gut, gut. Gut, hab ich noch weggekommen? Okay, weg da, weg da, weg da! Nein, nein, als ob der nicht reingegangen ist von ihm. Als ob der nicht reingegangen ist, oh mein Gott. Als ob, als ob, nein, 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 als ob, als ob. Ach Leute, das wird nichts mehr. Ja, stell auf, Karun. Lass bei dir, ne? Ja. Auf den kriegen wir noch, kriegen wir noch! Ja! Alter! Alter! Das war einfach nur, wow. Einfach so gut gespielt von ihm. Ach, Mann. Okay, Nachspielzeit. Jetzt das erste Tor, was rangeht, das gewinnt. Also, das war ein Tor von mir. Als ob, das ein Tor von mir war. Nice. Also, oh mein Gott. Jo Leute, das soll es gewesen sein. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch bitte eine positive Bewertung da. Und wenn ihr mehr davon wollt, dann schreibt es mir doch einfach in die Kommentare. Ich habe noch nicht so viele gespielt. Das meiste, wo ich gespielt habe, das war bei einem Freund. Und ja, okay, Rebenbogen geht auch. Und ja, das soll es gewesen sein von dieser Folge, Leute. Ich wollte mal was anderes, außer die ganze Zeit nur Minecraft bringen. Deswegen, wenn ihr mehr davon sehen wollt, schreibt es in die Kommentare. Und nochmal sorry für die schlechte Audioqualität. Versuche die danach im Schnitt ein bisschen besser zu machen. Aber nun gut, das werden wir sehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.